fanny pack black jeans muss ich vielleicht die sachen erst raus tun dass ihr das kapiert tatsache das ist eine beschissene hose dann tun wir die mal zerlegen cool kann ich jetzt mal ein seiler stellen guck mal wie niedlich das hier ist nach dem tisch auch gott wie goldig kann ich den kaputt machen was kann ich mit dem machen place deko artikel bist du verbundet ja aber du hast mich wie 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 tue ich dich das mit f wenn du bei mir bist ach dann kannst du halt andere leute bandagieren ich kann den weihnachtsmann nicht dahin tun wo ich den möchte so ein bisschen safe hier nö nein nein ob du schon durch bist ja ich brauche nicht lang für sowas ja ist okay verstehe ich habe den wink mit dem zaun falsch verstanden wo bist du draußen draußen ist so es laufen nicht so viele leute lebensmüde mit der taschenklampe um zum kühlschrank welche haben für meine wohnung erhaltlich sind es um zustand aus und großen da kann ich ja schon mit das weit ist die kosten was da auf mich zukommen deine küche zu machen ja magst du alles neu haben oder gut die andere frage wann wurde das letzte mal das gemacht das ist schon 15 20 20 werden es nicht sind 15 vielleicht 10 ok ok aber weil ich sei alles ja auch um baue mein dürfen entsprechend was und meine vorstellung entsprechen was ja gut es kommt ja neue fußboden rein eigentlich teurer wird wahrscheinlich dann die küche selbst also elektrogeräte und so kam mir okay die stelle eine herz also direktionskochfeld backofen und geschirrspüler sind ungefähr 3000 euro ist nicht ohne ich will nicht angehen normal habe ich ein sehr gutes ein sehr guten orientierungssinn aber was denn weißt du nicht wo wir lang müssen von da sind wir gekommen ja von wo sind wir gekommen jetzt ich muss gerade wirklich gucken sind wir da durchgerannt und haben da hinten nein das haben wir doch nicht das ist die rückseite ich gehe weiter zum nächsten hause okay danke okay crazy es wird bei dunkel nix nix den krieg ich komm her ich weiß ich will nur sagen dass sie noch mal trotz hier vorne ist jemand den ganzen töten wo ist der willi willi ich höre ihn zumindest da ist er da ist er ja lass mich mal an den einmal weg snacken nur um zu wissen wie hart er ist nicht hat ja gut drei schläge da hat er nichts dabei ich habe dich auch bemerkert ich weiß nicht wie schnell dieser hals gerade mhm bist du denn auch hier am arsch nein also gehen wir mal gerade in das häuschen rein man kann nicht jeden müll durchsuchen das ist ja doof like a virgin just for the very first time oh wie viel ja nix zum looten hier hab böses ding guck mal sogar hier oben drauf was böses ding hinter dir hinter dir hinter dir nicht bewegen kann ich das looten ja habe ich dich getroffen nein guck mal hier oben auf den kühlschrank guck mal hier oben gesprungen ja ernsthaft wer tut denn da oben Radieschen lagern ja bloß dass du mal weißt wo du überall gucken musst im Prinzip jetzt ja ich wollte dich nochmal looten hier dickerchen ah Pfirsiche habe ich gefunden ein Motorradhelm ist denn der Motorradhelm besser wie das was ich jetzt hatte ich finde es aber gut dass es angezeigt wird ja haben sie halt so ein bisschen angenehm ja das ist wirklich so wie Diablo Stil halt ein bisschen und sehr gut top na zombie komm her komm her komm her komm her jetzt schreibt mir Max oh in der Axt und es wird langsam abend ja es wird langsam abend Hase wo bist du draußen kannst du mich mal bandagieren gerade ah ja gut okay bleib mal stehen also wie mache ich das bandagieren mit F danke kann ich das öfters machen oder ist das jetzt nur aber du kannst theoretisch öfters ich weiß bloß nicht ob es was bringt okay musst du mit längsklick bestätigen wenn du eine Waffe da hat hast nee geht nicht schnell auf wenn du es nochmal machst du kannst nur halt Blutungen damit verbinden zum Beispiel okay ja wohin hier rein erstmal und dann ja aber ich muss wirklich sagen die Blumen sind schön obwohl es jetzt nicht so männlich ist aber die hat er gut hinbekommen Herz nennt sich halt Liebe zum Detail das ist wirklich Liebe zum Detail aber wie gesagt du verstehst du musst ja alles immer richtig anpacken ja voll aber es macht Spaß bis dato es ist aber sehr 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 umfangreich oh ja allein das Drafting finde ich schon sehr komplex gestaltet also ich habe mir noch nicht viel angeschaut aber weil ich bis jetzt gesehen habe das ist schon relativ komplex gehalten wo kommst du? nächstes Haus und so? ja läuft ich habe was süßes gefunden ach jetzt auf einmal geht es auf 1 Waffen direkt als Waffen gehen auf 1 Werkzeuge auf 3 ok verstanden habe ich voll kapiert weißt du hast du Feuerwerksgrund? ja voll toll ich gehe mal in die Garage ok ich habe ein Campingzelt gefunden kann man schlafen? ich stelle die 500 Fragen obwohl du das Spiel selber nur 10 Minuten gespielt hast 2 Stunden nicht mal wir reingucken immer wieder bist du oben? naja man ist ja eigentlich nein ich bin noch gar nicht drin ich komme mir jetzt erst rein ich gehe man ist das ja auch von mir gewohnt ich meine es ist gut informiert über die Sachen stimmt gehst du hoch oder bist du unten? ich bin mittleres also oben also 1 nach oben mein Nett ist auch der 1 Stoff sage ich doch ja Ben was wolltest du sagen? ich wollte das sagen Blacky denkt wahrscheinlich prinzipiell logischer als du nein na eine Monade Thomas wie sieht es mit Essen und Trinken bei dir aus? 74, 72 alles gut dann mach doch mal voll wieder mal trinken steht doch wieder hier natürlich rum und es liegt ja auch noch ein Apfel rum Frisch Apfel ja das stimmt sehr effizient man wenn es was zu looten gibt was Nahrung und Essen und Trinken ist benutzen guck die Anzeige geht sogar weg wenn ich überfressen bin ich konnte doch eben hier Stoffe rausziehen du kannst bloß einmal Stoff rausziehen aber ich wollte mehr oh 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 da hatte wohl jemand sein erstes Mal gehabt ey 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 nehm ich mit kann es sein dass man langsamer läuft wenn man mehr trägt ja wär ja brutal geil okay Hut ab es ist CryEngine was erwartest du? ja also wirklich äh toppi nein das sind Hydranten und ich dachte das wären Hunde wuff 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 ja das war kaputt und sehr alt ich bin ja froh dass meine Putzfrau es nicht schon wieder weggeschmissen hat deswegen stimmt die guckt niemals diesen Stream an deswegen ist es okay höchstens ihre Kinder ja auch so ach so ja stimmt iiii hier hat jemand wohl übelst eakuliert die Kirche sieht zwar hässlich aus aber es gibt viel Zweck zu holen eine Knarre habe ich gefunden gehts jetzt achst du das OG oder was? ja also ich stelle es auch fest bestimmt dass man was man an den unterschiedlichsten Orten findet du hast was über Chilis was war Chilis? ich sag dir du stellst auch fest dass man was man an den unterschiedlichsten Orten finden kann ja ich bräuchte ein bisschen kurz zum Craften nur mal kurz gucken oh Gott mal drücken Konsumelheit Medical Strukturen es gibt halt schon ziemlich viel man kann ja überlegen sich irgendwo hier in der Nähe zum Beispiel niederzulassen aha komm mal vors Haus guck mal man kann Sandmauern machen komm mal raus man kann aber nicht hier so richtig hart bauen das geht glaube ich nicht doch ja aber mit Dach ja guck mal da vorne du siehst doch da vorne die Bäume ja wo ich gerade hingeguckt habe da in der Richtung da oben drauf irgendwo vielleicht was bauen ja dass wir ein bisschen versteckt sind finde ich sehr gut ja soll man mal hin und mal gucken dass man vielleicht wenigstens so die Grundsachen weil das ist ja schon ein relativ opla ein großes Dörfchen naja es ist ein kleines doch oh ich habe in meinem Wasser echt so viel Zitronensäure reingetan Zitronensäure? ernsthaft wollte es sich umbringen oder was? ja einen Schluck wollte ich rein tun Zitronensaft meinst du? meine ich doch Batteriesäure habe ich reingetan Zitronensaft Zitronensaft und Zitronensäure ist zweierlei das war Batteriesäure Alter wie lange du eine Frat verziehst was ist das für eine Pflanze hier? hmm get heating mushrooms wie am Arsch bist du noch? bei 96 da ist die Tankstelle wieder nach den Zähne putzen Orangensaft trinken excellent das beste was es gibt mein Sohn und Mann habe ich das letztens auch gehabt und er hat Zähne geputzt und sagt guck mal David magst du noch was trinken? guck mal der Papa hat den Orangensaft Papa warum grinst du? sagt nur so mein Schatz nur so mein Schatz oh hier wäre es echt toll wo bist denn du jetzt? da unten ähm ja also hier wäre ja du bist rechne Bäume direkt selbst kannst du nicht entfernen hier ich habe glaube ich uns auch ein Zelt mach mal Taschenlammern habe ich wo bist du denn schon wieder? das versuche ich gerade auszulegen wenn du denn da schon dabei machst ist ein PR hochgelaufen und dann links ja da ja hier unten Nische finanziell aber nicht für was richtig ist ich laufe dir hinterher ich weiß ja nicht wie hart du eskalieren würdest für was größeres hier so mein Schatz immer geschützt vor den anderen Lappen können wir machen finde ich gut man kann kicken ja okay das ist geil ja cool dann gucken wir mal schnell in Crafting Menü ja Sand Säcke kann man machen aber da kann man jetzt doch nicht so gucken wir doch mal Wood Wood ist genauso beschissen ach guck mal doch Plattform braucht man 3 Wood Panels du kannst hier nochmal bei Wood in deinem Plattform und so weiter auswählen willst du willst du Crafting machen und ich gebe ein bisschen Hacken und so ein Gram oder können wir machen Axt hast du ja ich habe alles dabei okay ja was ist der Sinn des Spiels also ein bisschen Survival wir müssen halt einfach Nahrung, Essen irgendwie ein bisschen gebacken bekommen des Weiteren können wir jetzt unser eigenes Häuschen bauen Blacky macht jetzt gerade mal ein bisschen Holz holen und ich versuche irgendwie mal hier zu kapieren was ich nachher daraus herstelle wir müssen uns leider hier im Wald ein bisschen verstecken weil wir sind nicht die einzigsten hier auf dem Server also die einzigsten auf der Map somit kann es sein kann es immer sein dass jemand vorbeikommt und uns alles dann kaputt macht oder ich habe dir ja immer irgendwo ein Stapelholz fallen lassen sehr gut und uns was klaut und sowas ich gehe mal lieber hier hin weil da ist nicht das hohe Gras genau ja heißt überleben so viel looten wie es nur geht und so viel herstellen wie es nur geht ich glaube ein Ziel gibt es gar nicht großartig nö nö lebe und töte ja genau man lebt so vor sich schön ich finde wenn ich immer ein bisschen chill bin ich muss halt auch immer ein bisschen gucken ich bin hier in dem Moment ein bisschen was noch am lesen gegeben ja weil Thomas ist das ja unpraktisch wenn der Zwischendrin noch was lesen will naja schon mit 6 so 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.